Ja, einen schönen guten Tag hier. Erstmal wieder Nessie. Ja, und jetzt geht es langsam mal los mit... ... noch was Essen. Gut. Ich habe mir eine Kiste jetzt größer gemacht hier. Das brauche ich, das brauche ich. Die Kohle brauche ich doch noch. Die Hälfte brauche ich, ne? Vier Fackeln nachher. Gut. Okay. Gut. Hier, das reicht. Gut. Dann nehme ich mal noch ein paar... Das wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Ich habe erstmal hier noch Fackeln. Gut. Jetzt brauche ich noch einen Spaten. Ich habe eigentlich noch Eisen. Sechs Eisen. Hier ist kein Eisen drin. Hm. Jo. Ich nehme diesen Eisen hier. Oh. Wie viel Eisen ich habe. Wow. Jut. Okay. Mag man noch einen Spaten. Nein. Wo brauche ich denn das? Ja. Ich mache es jetzt noch. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch. So, überhaupt noch. Warte. Hier. Die Tier ist erledigt. Okay. Gut. Jupp. Okay, das reicht! So jetzt machen wir so eine Map hier an. Ja, Haus 4, Haus. Gut. Achso, und dann will ich noch was anmachen. Nochmal. So, wir haben ihn rausgehend, mag die Monster. Dann oder woanders hingehend. Gut, dann hol ich mal Sand. Gut. Muss ich erst mal Sand holen. Der war da hinten irgendwo, das weiß ich. Ne, da hol ich noch keinen Sand. Okay. Der war hier irgendwo, das weiß ich. Ich vergesse es jedes Mal. Mann, hallo. So, nein, der Sand auch nicht, das weiß ich. Oh Gott. Oh, oh. Nein, der Gegner, Ritter. Gut. Ich weiß, der Sand ist da hinten. Da ist ne Wüste. Jut, die scharfe Musik auch noch irgendwann holen hier. Jut. Hallo. Hier ist wieder Wasser. Hm. Au. Nee, wir nicht zurück. So, ich mach das Eichel. Aber hier war irgendwo der Sand, das weiß ich. Hoppala. Wollen wir mal gucken, wo die Wüste ist. Hä? Bin ich schon wieder in den Kreis gelaufen? Das ist mein Dorf. Nee. Na toll. Ich verlaufe mich jetzt hier jedes Mal. Das darf doch nicht wahr sein. Wozu können wir gehen später? Ja, was ist los? Mhm. So. So. Jetzt geht weiter geradeaus. Immer geradeaus. Gut. Immer geradeaus. Gut. Jetzt geht die Schwimme. Gut. Hier ist auch Sand. Aber den Sand lassen sie geliehen. Und den nicht kaputt machen wir hier alles. Ja, was ist denn? So. Irgendwas war doch für die Wüste hier. Gut. Muss mal gucken. Hm. Jetzt laufe ich hier hin und her und finde die Wüste nicht mehr. Okay. Gute. Gute. Muss mal gucken, wo die Wüste ist. Die Academy im Bett mitnehmen soll. Gute. Da ist die Wüste. Gute. Haben dir gewusst? Hier ist doch die Wüste. Gut. Ich habe jetzt kein Bett hiermit. Toll. Muss ich jetzt schön ausleuchten. Muss ich das hier schön, schön, schön ausleuchten. Hallo. So, da ist das Haus. Gut. Dann leuchtet hier mal ein bisschen aus. Gut. Wenn ich die Monster schön sehen tue. Gut. Gut. Okay, das muss reichen. So. Ja, ich brauche leider den Sand jetzt hier. Aber ich versuche nicht so doll kaputt zu machen hier. Gut. Okay. Gut. 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 Ich werde mal gucken, wenn ich das bei Chelsea entdecke hier. Hallo. Du kannst gar nicht hier gehen. Nicht. Ich hoffe, wenn es bald wieder hell wird hier. Wie kann es nicht? Das war echt schön! Das war ja auch alles hier. Und ja, und das habe ich jetzt alles. Hoppala! Hey! Wo bist du denn? Oh! Frühstags! Eine Unverschämtheit! Ich möchte mit essen! So! Hmm, lecker! Ja! Gut, okay! Machen wir hier schnell in den Sandpäckchen! Oh! 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 Okay! Hihihi! 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 Komm her! Oh! 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 Okay! Oh! Oh! Und da läuft ein Indemain. Ich hab doch gar nichts gemacht hier mit dir. Hast du eine Macke? Hab doch keiniges gemacht mit dir. Ich hoffe, wenn gleich wieder hell wird. Vorher gehe ich nicht nach Hause. Doch, ich versuche immer nach Hause zu gehen. Gut, dann gehen wir mal schnell nach Hause. Gut. Okay. Aua. So. Dann geht man ganz schnell mal nach Hause. Hallo. Hallo. Wo denn? Hallo. Und verschämtheit. Gut. So. Oh, hier wollte ich da hoch. Stimmt's? Genau. Gut. Hier wollte ich da hoch. Genau. Gut. Das ist so gut. 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 ich gehe ganz schnell nach Hause aber wirklich schnell gut ok jetzt sind ja nur ein paar Meter hier und es wird langsam hell gut, ich mag erstmal nicht schnell wann ich mein Ofen bin denn schmelzig sand äh glas genau glas schmelzig glas gut ich gehe jetzt immer hier weiter so hoch und will mal gucken wie ich denn noch weiterkomme ok hä hallo achso ok hä hallo achso gut ok hä hallo ich muss einfach mal ein bisschen untertauchen ich muss einfach mal ein bisschen untertauchen hier stimmt irgendwas nicht hier ah ich bin ja zu Hause gut gut denn gut wunderbar habt ihr ja wieder nach Hause geschafft hier jetzt noch ein paar Töffelchen und jetzt schmelze ich so ok leute ich sag erstmal ciao bis zum nächsten mal ok bye bye tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal